Abo heißt für mich, das Kind steht im Mittelpunkt all unserer Bemühungen. Abo ist für mich die Möglichkeit, auch mit drei Kindern berufstätig sein zu können und die Kinder gut versorgt zu wissen. Abo ist für mich, Freunde zu haben und die Welt entdecken. Die Abo ist für uns, Kindern ihre Entwicklung zu begleiten und für Kinderrechte einzustehen. Die Abo ist für mich viel Freude am Ehrenamt. Die Abo ist für mich, mit Freunden zu spielen und Spaß zu haben. In unseren Kindertageseinrichtungen in vielen Orten in Ostwestfalen-Lippe entdecken wir mit den Kindern die Welt. Bewegung, Sprache, Kreativität, Musik, soziales Handeln und naturwissenschaftliches Lernen, Gesundheit, Ernährung und Umweltbewusstsein werden gefördert. Kindgerecht und ganzheitlich soll sich die Persönlichkeit der Kinder entwickeln. Die Eltern und Familien werden einbezogen. Ganzjährige Öffnungszeiten über konfessionelle Ausrichtung, gemeinsame Erziehung und familiengerechte Betreuungszeiten kennzeichnen unsere Kita-Arbeit. Zusammen geht mehr. Überall. In Ostwestfalen-Lippe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017